ja hallo von der und mit sternenkrieger willkommen zu einem neuen let's play das gameplay ja und heute müssen wir nach belsavis reisen nachdem wir mit darstorm in der letzten folge geredet haben der ja nicht so begeistert war von unserer aktion dass wir die imperialen da gekillt haben sollten wir jetzt nach belsavis reisen und einen sogenannten sail baros jagen ja und wir fliegen nach belsavis also auf geht's wenn service ist hier ein autor im nebenhof ist das der nächste planet und wir reisen dahin ja und ich habe gedacht hier hätten wir was zu besprechen nein wir müssen zur raumstation also wir sehen uns gleich auf belsavis in der raumstation wieder imperial intelligence have orders to act as your liaison I prepared a briefing should you require it I'll take all the help I can get then allow me to introduce you to your target this is sale barrows after helping break the mandalorian blockade during a war the Republic offered him considerable latitude to plague the Empire then after the treaty of Coruscant the Republic retained him as their unofficial ferryman to belsavis with it you have a location for barrow ship we observed his freighter land on belsavis before our forces invaded no vessels larger than a shuttle have been spotted leaving the surface belsavis is a remote ice ball with minimal natural resources the perfect place to keep things you'd rather forget which is why the Republic has constructed a substantial prison fortress here to hide away their undesirables I'm not looking to lay siege what are our options our landers can insert you into the Republic fortifications relatively near the last known location of barrows is vessel get me on the ground lieutenant it will be absolute pandemonium planet side this is my direct hollow frequency I am on call should you need me secret prison fortress absolute pandemonium how bad could it be okay da haben wir auch mit diesem typen gesprochen try to be more careful so jetzt bin ich auf der endgültigen oberfläche also auf dem planeten ja nicht mehr in der raumstation und jetzt haben wir ein hollow communicator call mal sehen was der uns zu sagen hat guter arbeit taurian was good thinking also taurian sagte wir sollten uns den karbonit sparen ja dann werde ich erst mal zu selten barrows hin zu stoßen also wo sein schiff ist ja bin mit dem taxi hingefahren und jetzt der rest mit meinen eigenen gleiter weil es gibt ja kein taxi punkt bis dahin aber fast bis dahin wir haben nichts mehr so weit zu fahren und wir sieht wir haben ein ja nicht alternativ sondern dazu also müssen wir das auch diese geschichte machen sonst können wir bei service ja zwar verlassen aber ohne klassen story da reden wir mal team hier der hier ist und mal gleich sehen so hier sieht es aus als ob jemand richtig gewütet hätte ihr sieht schon ganze roboter hier sind zerstört und kaputt hat jemand richtig aufgeräumt aufgeräumt so ich suche zail barrows selbst 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 ich suche zail barrows ich soebel ich bin Ich bin nicht dumm, ich bin tot. Zale, warum hast du zu spielen? Ich wollte, als die erste Siren zu sein. Zale hat gesagt, dass wir bleiben, um sich zu helfen, wenn die Dinge zu verabschieden sind. Too bad? Unterstatement des Jahres. Das war nicht so gut. Er hat sich nicht zu verabschieden, er hat M3OB für die Zentrale Kraft zurückgekommen. Er hat gesagt, dass er nicht auf den Weg zu warten. Das ist alles, was ich weiß. Nicht zu lassen, dass du verabschiedst. Ich kann gehen? Du bist nicht da, Frau. Und dein Junge wird alles über wie du stirbst, bevor ich ihn töte. Ich sagte, sie kann gehen. Back off, Freak, or I'll get nasty. You wanna be next? You wouldn't stand a chance against me. Lucky I ain't got time to peel you out of that can. Run, girlie. But when I find you, I'm gonna see how much you can scream before your lungs go. She was lucky we showed up when we did. I don't want to know what that creep had in store for her. So, da haben wir schon mal. Ja, wir nehmen. Und wir haben sie... Wie viel haben wir? 600... ne, 800 Einflusspunkte bei Marco. Ja, und wir werden eine diese von dem anderen, äh, eine andere Mission machen. Und wir sehen uns gleich da. So, wir fahren genau zu dem Punkt, wo wir einer dieser Feinde finden. Na, von der Mission hier. Na, das ist unser Sekundärziel, na, die wir auch erledigen müssen. Sonst können wir die Mission hier nicht erfolgreich abschließen, also den Planeten. Die Viecher tun uns nichts. Ist der nicht. Der muss hier irgendwo... Oh, der hat mich erfasst. Das macht nichts. Heute schon gezuckt, Kumpel. So. Ja, gucken wir uns mal an. Aha, da sind wir ein bisschen daneben. Was... Ja, ein bisschen... Wie dem Ziel, ne. Aber das ist ja nicht so tragisch. Ja, viel... Sind wir nicht dann ganz daneben, so. Da ist das Ziel. Dadurch, dass nicht so viele Spieler sind, oder sagen wir es mal so, ich bin der einzige Spieler hier. Auf dem Velsavis, auf dem Planeten, na. Zack, der erste. So, ich zeige euch, wo der ist, na. Hier. Und da bin ich. Also. X611. Y277. Gut. So. So. Dann holen wir auch noch Apex One. Na. Ja. Ja, Belsavis muss man sehr, sehr viel fahren. Das ist auch viel, viel Lauferei, oder wie soll ich sagen, viel mehr Fahrerei. Also. Das ist schon. Nicht ohne hier auf Belsavis. Es gehört absolut nicht zu meinen Lieblingsplaneten. Kann ich ganz deutlich sagen, ne. Ich mag Belsavis nicht so sehr. Hier kann man auch die Schreckenmeister befreien. Ja. Ich mag die Schreckensmeister auch nicht. Ja. Dadurch, dass ich der einzige hier auf Belsavis bin, wird Apex One da sein. Der hat ihn niemand erlegt. Ja. Und wir gucken das uns mal auf der Karte an. Ihr seht hier, ne. 918. Y297. So. Und das ist Apex One. Und wir schießen auf den. So. Und als nächstes haben wir wen? Karela and Palakty. Ja. So. Wir fahren zu der nächsten Mission. Zu der hier. Damit wir die erstmal gemacht haben. Ja. Wir sind hier schon ziemlich weit. Wir kommen, ne. Level schon fast 50. Ja. Und maximal Level sind wir über 3 Level. So. Und hier steht über was. Über den Hochsicherheitstrakt. einmal. So. Und dann zweimal. Und. Ja. Freunde. wir steigen wieder in unserem Mount. Und ich werde mir mal eine von diesen Alternativen schnappen. von den. reichen Beute hier. Ja. Und zumindest, dass ich weiß, wo einige davon liegen, ne. Und deswegen kann ich auch so zinsstrebig da hinfahren. Außerdem wer ein bisschen die Minimap lesen kann, ne. Der wird das auch entdecken, ne. Obwohl. Ja. Hier. Hier sieht. Die rosa. So. Da ist einer. Von dem. Von den. Zielen. Die wird Karella. Töten. Ne. Ja. Ja. Und dann fahren wir zu unserer. Andere Aufgabe. Okay. Zu der anderen Aufgabe, ne. Ja. Die Karella halten wir schon mal. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, wie man hier rummanöbriert. Ob man ja nicht erwischt wird. Zack, zack. Na. Fahren wir richtig. Ja. Wir fahren ein bisschen zurück. Na ja. Die Schweinchen. Die sind sauer auf uns. Aber egal. Gas geben. Und durchfahren. Da passiert gar nichts. So. Okay. Da sind wir da angekommen. Ja. Weiter ist es nicht mehr. Und ich denke mal nach dieser Sache hier können wir die Folge ja auch beenden. Das hat auch ein bisschen sehr lange gedauert. Jetzt. Die ganzen Fahrten. Ja. Wir werden uns ein bisschen reinschleichen. Schleichen. Ja. Wir steigen aus dem Mount aus. Zack. Rein. Fertig. Und da ist die Bounty Hunter Phase. Was für ein Feigling. Was für ein Feigling. Dieser Zell Barrows. Ja. 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 Da hat ein Signal gegeben. M M M. Ja. Und die nächsten. nervt das kein haue verfügbar außer diese hier so jetzt gleich jetzt gleich haben wir es zack tot das sah so eukig aus wie der gezuckt hatte ein bisschen close there and nice trap you I kind of hope the first time I met you it'd be captain in your one way to give up before you get yourself hurt I've been in better positions but I like you right where you are at the moment let me in there you little twerp you got nowhere to run this guy's got one answer to everything friend of yours hate and disappoint but even your thick skull won't break through this force field what are you standing around for let's blast this place to pieces it'd take dead night charges to breach these walls then blast the generators soon as this field drops me and zeal are gonna get reacquainted töte ihn nicht so da steht lieber was über den seel barrows ja und wir gehen erst mal und schalten die generatoren aus we're gonna get it now So der erste Generator Dann müssen wir zu dem zweiten hin So, dann den hier erledigen Ach, mir nervt das Ja So Dann haben wir das schon mal So, dann sind wir fertig Und dann müssen wir wieder zurückkehren Zu diesem komischen Typ Zu Skadj glaube ich heißt der Ja So Dirty Rotten What happened to Barrows? The rats scurried down this little hole While you were taking your sweet time wrecking the place Tin can wouldn't give up where he was going Guess I broke it You can't beat answers out of a droid moron Morons what I call runty bounty hunters dumb enough to pick fights I got an idea how to keep this heap talking There's lots more junk like this thing walking around keeping the runts in line They get built in a plant deeper in Bet there's parts to hotwire this trash and shock some answers out of it Neiman und Show me this droid Mat The place is inside max lockup I ain't getting in there without some major boom booms And I only got this dinky piece You blast the place up I'll haul this junk over and grab us a couple of tech heads on the way Deal Okay, all is that Ja Freunde und nächstes Mal gehen wir und reparieren den Droiden den Skatsch kaputt gemacht hat und wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin wünsche ich euch alles Gute Ich bin auch Daniel Erfrauters Gameplay und möge die Macht mit euch sein Ciao Ciao